Warte, bei mir muss grad sich alles noch mal neu laden. Ja, nicht wahr. Hey, guck mal, da hinten ist ne Höhle, wow. Ganz vorsichtig hier, Kleiner. Willst du nicht die Höhle eingeben? Nein, natürlich nicht, wir müssen den Schienen noch folgen. Ja, stimmt ja. So. So, you survived the herd attack. Ja. Hey, Spencer. Ach du Kacke. Ich kann's mir denken, ja, da sind Pfeile drin. Ähm, hast du noch Leben? Also, also, renn einfach. Oh. Jo, Tür ist offen. Du bist tot. Klar. Cool. Ich hör' dich mal wieder her. Na klar. Ja, ich hoffe ihr könnt das verzeihen, dass wir das mal so machen, weil ich mein... Ganz ehrlich. Hol' mal ihn zu mir. Ja. Es ist einfach nur abmal, wenn man das... Ach, ich hab' keinen Minecraft mehr. Warte mal, Human Moments. Äh, ja, da draußen steht, glaub' ich, noch mal eins irgendwo. Wenn du eins hast, sag' Bescheid. Doch. Ich, ich lauf' einfach. Hinterher. Ich würde schon nicht lang sein. Hör! Nein! Nein! So viel zum Thema, ich laufe. Bin erster. Ja, ich hoffe ich schieb' dich jetzt nicht. Ja. Stimmt. Hätt' sich nicht gelohnt. Use the Leather. Benutze die Leiter. Da hinten ist aber Wasser. Ja, okay. Da steh' aber wieder viel Leiter. Der will schon auch Spielregeln spielen. Also ganz ehrlich, das Gekrumme hier drin, das... Kiste. Da ist ne Kiste. Yo, ich komme. Gold ist drin. Hab' ich überholt. Wo, wo war ne Kiste? Oh. Na, bist schon dran. Bei den, ähm... Yay! Ich verbot, ich verbot, ich verbot. Musst aufpassen, nicht so sehr gegen ran kommen, sonst geht's Boot kaputt. You've come far, but not far enough to earn my gold. Ich kann das Teil nicht steuern. Ja, du musst ein bisschen vom Rand weg fahren, dann. What the fuck? Ah! Oh my god. Junge, fahr doch mal grad ab. Oh my god. Also Boot fahren war noch nie mein Hobby. Vor allem nicht in Minecraft. Warum geht das so scheiße? Yay, da unten... Ach du Kacke. Au, aua, aua. Oh, ich hab' schon mal Gold gefunden. Die Kiste, da war Gold drin. Ich nehm' mal an, dass wir hier nicht gehen dürfen. Also er hat sich auf jeden Fall hier mit den größten Zeitaufwand gemacht. Ob dieser Worte zu steuern ist. So wie wenn du versuchst... ...mit einem abgehackten Gamepad... ...ähm, wie soll man das sagen... ...ein Spiel zu spielen. Ich wart' mal auf dich. Gerne, gerne, gerne. Weißt du, wo das Problem ist? Das, was hier drin ist, funktioniert nicht mehr. So, ich hab' das Gold. So. Ähm, und zwar, theoretisch musst du da jetzt reinfahren... ...und dann treibt es dich nach oben. Das war diese uraltertümlichen Fahrstühle. Funktionieren aber nicht mehr. Das heißt, wir dürfen jetzt schön nach Luft dringen... ...und dann, äh, ab nach da oben. Kannst du mal aussteigen. Oder dein Boot zerstören, eins von beiden. So, und jetzt Luft anhalten und ab nach oben. Oh! Ne, also ich schaff' es nicht. Ich hab' noch zwei Herzen und drei Luftblasen. Nimm du das Gold, nimm du das Gold, nimm du das Gold, nimm du das Gold! Ich komm' auch nicht mehr höher. Immer wenn du Schaden kriegst, kommst du nicht mehr höher. Oh. Äh, das ist jetzt doof. Ja. Bist du auch gestorben? Nein. Ich war kurz davor, aber dann kam ich nicht mehr weiter, also hab' ich einfach gesagt. Cool. Ja, jetzt ist jetzt die blöde Frage, was machen wir. Ich stehe hinter dir. Äh, gib mir mal die Erde. Äh... Einfach aus dem Inventar ziehen am besten. Ja, ja. Du kriegst alles wieder. Äh... Hey, Minecraft, damit könnten wir das jetzt lösen. Gut, wir machen das jetzt mal auf die gute deutsche Methode. Du hast das Gold vergessen, Anker. Du hast das Gold vergessen, Anker. Geht doch. Schatz, du hast das Gold vergessen. So, jetzt, come on. Wir gehen jetzt hier hoch. Oh. Hä, wie hast du das jetzt... Hä, das soll jetzt gehen? Nein. Jetzt erstmal wieder raus. Luft holen. Oh, das war doof, unter Wasser das Geräusch zu machen. Na, komm schon. Oh. Dann haben wir hier jetzt schon mal einen Raum, wo wir Luft holen können. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Schummelei, aber... Giganticus, ich kann da nicht hoch. Ja, ich weiß warum. Jetzt kannst du wieder hoch. Danke. So. Ja? Ja. Okay. Ich bin grad auf deiner Ebene. Dann bleib mal da stehen, ich mach die nächste Ebene. Jetzt dürfte Wasser runterkommen. Ich hoffe, man kann da... Kann man da noch atmen? Jawoll. Das ist super. Mir fehlt nur ein bisschen die Erde. Ich hab zwei. Nein. Ja, so ist das schön. Oh, wie ist das toll. Bau mal den anderen bitte noch mit ab. Gibst du mir mal kurz die Erde? Bitte. Danke. Ja, danke. Ja, dann wollen wir mal. Hochwunder soll ich essen bleiben. Ähm. Komm schon, bau diesen scheiß Block ab. Kacke. Hey, bau mal den Block weiter ab. Kann grad selber nicht. Okay, dann muss ich da oben mal ein bisschen mehr Erde stapeln erst mal. Ah. Ich bringe den Block ab. Warte, gehst du mal ein Stück rein? Danke. Ist diese Dramatik hier? Gut, dass ich Leben voll habe, sodass mein Leben sich generieren. Wenn das nicht so Ewigkeiten dauern würde, ganz ehrlich. Ich finde ja die Idee hammern geil, ne? Ne? Aber das Problem ist einfach, die Umsetzung davon auf eine neuere Version dieser einzelnen neuen Pre-Release 5, die wir haben. Natürlich alles legal gekauft. Ähm. Mein Gott, das bleibt dann halt. Ähm. Ja. Macht unten nicht, also, ist irgendwie zu gut, beziehungsweise. Du kennst damit besser aus als ich. Hm. Das einzige, was wir nochmal ausprobieren können. Wo ist unser? Können wir irgendwie mit Gegenständen das Abbauen beschleunigen? Was wollen wir denn abbauen? Die Erde da oben, damit wir dort wieder atmen können. Ja, es geht doch. Ja, doch nicht mich abbauen, meine Fresse. Du sagst aus wie ein Stück Erde. Hallo. Warum sterbe ich denn? Hä? Das hat grad überhaupt keinen Sinn gemacht. Hä? Ich krieg auch Lebensabzug und Ende. Ah, gerettet. Ne, ich muss erst mich und dann dich, ne? Erst... Hilfe. Monster. Ähm. Guck einfach, wie du's davor gemacht hast und mach's umgekehrt. Ich mach weiter. Hast du meine Sachen? Ja. Wo bist du denn grad? Ich bin grad unser Sachenverwalter. Äh, gewaltiger Verwalter. Hier haben wir jetzt erstmal ne Atemschleuse, sozusagen. Ja, und das kann ich jetzt noch ein bisschen hinziehen, leider. Hier. Was wir natürlich machen könnten, wir könnten hier komplett das Wasser rauslassen. Das würde ein bisschen dauern. Ah. Wollen wir ne Zeit-Dings machen, Zeitraffer und das dann einfach kurz machen? Ja. Gut, dann ab jetzt mal ein Zeitraffer. W voter? Ja. 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 Zeitraffer vorbei Ich hab Gold Hast du es genommen? Ja, du bist jetzt der Item Möchtest du es doch lieber nehmen? Nein Warte, hier ist noch ein Schalter links Ich suche nur mal die Tür Warte, ich geh bis hinten, tu ich? Hast du schon gedrückt? Ja Gut What the fuck Nein, sie ist zu Komm, schneller Jetzt ist sie offen, jetzt sie zu Ich glaub man muss sich dabei beeilen Ich bin mir aber nicht ganz sicher Ja Noch ist sie zu, noch ist sie zu, noch ist sie zu Ja, komm, du hast es gleich geschafft, du hast es gleich geschafft Warten, 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 warten Hast du noch mal drauf gedrückt? Nee Boah Warum Kann ich dir hier unten die items lagern? Äh Ja, versuch mal Werf mal Werf mir mal was zu Werf mal was zur Tür hin Nee, ne? Nee Ach komm, hier würd ich mich einfach da hin, mein Gott, wir haben es ja geschafft Ja, na gut Ausnahmsweise, aber nur wegen dem Gold Ja Ja Äh Äh Okay, also früher in, äh, in der, äh, in der, äh, Antiken, die waren, hier, bei den, bei den ganzen, wie heißen sie da? Ach, Glückabend Das bleibt unter uns, weißt du, das erfährt keiner, ja? Keiner Dann wird ein schwarzer Balken über das Video gespläbt Meine Treppe Ja, erzähl Oh, hey, da hinten geht's runter Ja? Im Zeitalter der Götter und so weiter Aha, mhm Hier ist sogar ein Schalter Ich drück ihn einfach mal an Ich laufe Allgemein, weil ich es dann schaffe Ähm, da war es gerade auch so, dass alle Warhacks hatten und so weiter Awake to the daylight of the, the sun of Ra Ra ist übrigens der Sonne, Gott, das weiß ich Okay Ich weiß nur, dass wir jetzt klettern dürfen Wie, bisschen da raufge- ah Nein! Ohohoh Ich werd mal sagen, das machen wir nacheinander Hintereinander weg Oh, diese verkackte- man Waren Ich kann das Ich bin echt hoch Ja, dann gib mir mal deine Items Wenn du nicht kurz sterb Fragezeichen? Kannst du halten wie Dachdecker, nur nicht so hoch, ne? Ne, weil wenn du stirbst und ich danach sterbe, wird's ein bisschen doof mit der Wiederbelegung Quatsch Gibt mir die Sachen Gibt mir die Sachen Zieh sie einfach aus dem Inventur Oder lass es sein Bring dich um Bring dich um Ach, mit dir ein schönes Leben Bring dich um Oh, halbes Herz, was soll das? Wenn ich das jetzt schaffe, mit dem halben Herz da oben hinzukehren, lache ich So, mach mal Wenn ich's jetzt schaffen mit dem halben Herz auf den zweiten Block Oh, da ist ein Ich finde das ist ja mit Glas eine gute Idee Ja, damit man's nicht sieht Oh Jetzt ist da dieser Block über mir Oh 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 Ah Aha Respawn Hallo und herzlich willkommen zu Oh 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 Wo bist du? Guck mal was du eingegeben hast Oh Glashaus Deluxe Glashaus Deluxe Mal überlegen, wo muss ich lang? Ich muss da hinten lang Yo Shit Oh, das ist doch assi ist sowas Meine Tastatur ist auch überhaupt nicht gut Also ich bin oben Ach, am Arsch bist du Hi Na? Wie geht's? Hä, wie hast du das? Ey, ich schaff's nicht mehr vom ersten Ort Auf den Block zu stehen Meine Güte Ey Boah Nimm doppelt Anlauf, jaaa Nein Boah, die Block über mir immer Ja, da musst du aufpassen, da musst du so ein bisschen an den Rand gehen davor Ja Ja, fast Zeitraffer So Jetzt nach da, ne? Ja So, und jetzt musst du Ja, und jetzt musst du dich ein bisschen an den Rand stehen, genau Da hin? Ja Oder da hin Warte, Gott, ich guck mal von oben noch ein bisschen Äh Hä? Äh Äh Ne, 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 geradeaus, ja, das ist schon Also links, links, die Ecke Ne, das ist die rechte Ecke, die da, genau Mit doppelt Anlauf geht das Mit doppelt Anlauf geht das Ah, nicht gerade, ja, genau da so Ein bisschen, ein bisschen zur Wand hinspringen Dann triffst du nicht den Block Äh 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 Was denn, ich hab das gemacht, ich hab gesagt Ey, meine ganzen Hände sind so Oh, mein Tastatur ist für Null Ähm Ja, ich weiß es wirklich so Da ist ein Notebook, das hat schon einfach ein Da war dieser Stein über mir Für den hinteren Hä, was hast du auch, ein Notebook? Hm Ach, für den Arsch, dieses Sprungpass Okay Du, du kannst froh sein, dass ich nicht nur ein Jump'n'Run mitgenommen hab Beziehungsweise ich kann froh sein, dass ich nicht nur ein Jump'n'Run Nein Was machst du? Was zum Teufel machst du? Was zum Teufel? Ich lauf hier im Kreis schon wegen dir Weißt du, ich hab schon Pferde gesehen, aber dich, weißt du? Äh Dann da rüber Dann in die Mitte Äh Über mir ist zum Glück nichts Ich glaub dann der vor dir, ja genau Dann Nein Ja komm Glück, 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 Glück Hä, wo muss ich ihn jetzt wieder? Oh nein, das ist der Stein Ich krieg hier schon richtige Schweißausbrüche, Alter Hey, da draußen steht ein Grillett Arm Arsch Ja, dann da drüben hin Dann da hin Wo? Da, 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 warte, warte, warte Da? In die Ecke hier Okay Okay Wieder mit Anlauf Ja, dann den da und dann nach oben Wuhu Wuhu Partywalk is in the house tonight So, pull the leveler and face the temple of the gods Daga, 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 boom Daga, 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 boom Daga, daga, boom, boom So, ich leg mal den, guck mal, guck dir mal den Kopf von dem Tempel an, ne Warte, pull the leveler and face the temple of the gods Wo ist denn der, guck, ja Wo ist denn der, guck, ja Boom 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 Ich warte mal Boom Boom Ich will dich bummsen sehen Ja, das ist vielleicht doof, ähm Ich will das bumm machen sehen, ich will das bumm machen sehen Ja, bummm Boom, boom, bum, 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 bum Ich hab's gewusst, woher wusste ich das nur, ich weiß es nicht Männliche Intuition Ähm, yo, ich denk mal das kriegen wir hin Hast du noch nen Minecart? Nö Okay, dann musst du geh Tschüss Oh, ist relativ weit Und du hast zwischendurch ein bisschen Cobblestone im Bild gibt ab genau stopp wir haben hier sind 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 wir haben hier ist doch da na klar ist nicht weit hey eine metalltür die sogar offen steht so you did make it after all very well I find you worthy of my gold but did you find all of it but no but now this you were just lucky this time and be pregnant remember this we will be watching you scheiße und und vielen ich bin tot warte mal kurz warte mal kurz hä was denn fallen steaks vom himmel so gar nicht tat's bei mir aber gerade creeper von oben runter what the fuck what the fuck calm out ha 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 il ha 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 haC respirator jo let's go scheisse leistung haha oh ihm Geistig. What the... Kui! Hahahaha! Hahahaha! Kacke! Ähm. Wir wissen, wo wir waren. Ey, wir dürfen nach links oben gehen. Nee, wo waren wir denn? Kacke! Ich hoffe, das Schild wurde jetzt nicht zerstört. Ähm. Ja. Merken wir uns für die nächste Adventure-Map schalten wir, äh, Dings aus. Definitiv. Was machen wir denn jetzt? Ähm, wir schieten. Gate, klar. Lalalalalalalala. Wie schietest du? Da. Also, ähm, Ersteller gut durchdacht, dort in einem offenen Raum zu spawnen, wirklich, muss ich schon sagen. Ah, hier unten sieht man noch die Redstone-Leitung. Perfekt. Sicher, dass wir da rauskommen müssen? Ja, da hinten geht's. Super gut. Und das Schild steht drüber noch. Nein, das Schild gibt noch. Ich sammle mal alles ein, was ich finden kann. Ja. Continue your enjoyment, you will meet me again. The end? Nein, soft. Was? Ja, jetzt kann ich das Ende sein, das sind Fragezeichenungen da. Stirb, Emma. Überall da, wo ein Fragezeichen da ist, kann kein Ende sein. What the fuck? Ich glaub aber schon. Oder siehst du noch was? Ist da oben noch was? Hm. Wo ein Wasserfall auf der einen Seite im Berg drin? Irgendetwas, was unnatürlich aussieht. Ja, bei der wäre es bei der Minecraft-Person nicht. Wart mal, was stand nochmal da? Stand bei die End nicht irgendwie in so einem Kennzeichen, so irgendeine Symbolik? Nein, was unterstrichen ist. Aha. Was denn? Verrate ich dir nicht. Ich komm schon. Nein, 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 ich bin schneller. Da ist eine eingebaute Treppe im Berg drin. Wo? Die hab ich auch nur beim Runtergehen auf einmal gesehen. Ach, da hinten. Ah, hier ist ne Tunnel. What the fuck? Boah. Ne Hohne? Mit einem Haufen nichts drin? Aber da sind Fackeln. Ich warte mal auf dich. Die Fackeln hast du aber nicht gesetzt, oder? Ne, ne. Wo bist du? Ach, da. Hier hinten lang? Hoppala. Hast du die gesetzt? Die hab ich aus der Seine gesetzt, ja. Ich geh mal hoch. Mal gucken, was hier rum ist. Also, entweder seht ihr jetzt grad gar nichts, und für die, die was sehen, sehen nicht viel. Enderman? Ich werde mal stark behaupten, dass hier nichts weiter ist. Beepa? Mach mal Boom. Danke. Skelett. Ja. Zombie. Scheiße, das war's noch anscheinend schon. Ey, Mano. 14 Gold haben wir gesammelt. Ne, 15. Ah, du hast auch eins? Nein, wir hatten 15. Yay. Und ich bin respawned. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Lasst gleich noch mal zum Schild gehen, Just of Fun, und dann mal. Gucken, was passiert. Ah, schon wieder die ganze Strecke laufen. Nur wegen dir. Ich bin hier ins Wasser gefallen. Ich fand, dass die Ideen gut waren. Die er hineingebracht hat. Aber mir hat irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Und dir? So ein Ende, ne? Ja, und was spektakulieres nochmal. Also wo du so richtig sagst, wow, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Also weiß ich, dass du auf einmal in 100.000 Kühn spawnst oder sowas. Aber so. Entschuldigung. Falls man was im Hintergrund hört, das war meine Katze. Die hat, ähm, ähm, mit mir gesprochen. Das macht meine Katze öfter mal. Also, das sind nicht meine Eltern. Nein, Quatsch. Das ist, ähm, also, Quatsch. Ne? Pff. Eltern. Warum sollten die mit mir reden? Eltern, warte. Äh, wo bist du? Ja, das ergibt keinen Sinn. Ich muss dir aber irgendwo irgendwas geben. Das ist unlogisch. Na gut, dann du mal eine Riesenmühe ab über das Spiel. Über die Map. Äh, war ja eigentlich ganz cool, aber mir fehlte irgendwie auch so ein Ende. So ein, so ein Punkt, wo du dann gesagt hast, hey, ein Ende, cool. Hier, da, du hast es jetzt geschafft. Ja, ne, wo du irgendwie auch so sagst, so, ey, das ist ja da irgendwie noch witzig, oder das ist ja noch creative. Also, wir können höchstens jetzt kurz eine Pause machen und dann gucke ich mir noch mal kurz das Video an, ob die da irgendwie was anderes gefunden haben. Ja, das können wir auch mal machen, würde ich noch mal. Ja. Bis gleich! Oder bis, bis, bis nächstes Mal, ne? Halt, mit Adventure und so. Genau, ein Flips gleich oder man sieht euch. Tschüü!